Moin Leute oder sollte ich sagen hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Let's Play Black Ops 2 Multiplayer Modus so ja ich bin fast nicht mal paar Monate bin ich jetzt auf YouTube und habe jetzt inzwischen schon über 30 Abonnenten und dazu möchte ich noch mal eins sagen wow vielen Dank Leute ich habe schon mal ein Video gemacht wo ich die ganzen Anfänge gemacht habe wie alles anfing und ich möchte euch einfach mal was sagen so wie alles anfing noch mal also ein Volume 2 Video sozusagen alles fing an in dem ich damals ein Twitter Account erschaffen habe diesen Twitternamen nannte ich YouTube Gamescom YouTube Gamescom warum das ist mir einfach so eingefallen dann habe ich mir Dinge gemacht ja habe ich ein bisschen gefollower ein bisschen getwittert da hatte ich 50 Follower 100 Follower 300 Follower dann habe ich mir einen YouTube Account gestellt der junge Zocker damals war ich ein bisschen jünger 18 oder so ja auf jeden Fall bin ich dann halt hingegangen und habe Twitter Videos gemacht zum Beispiel Moin Leute und das ist der Twitter Account von Hampelstrumpi24 wenn ihr Twitter habt dann Follower ihn so habe ich das dann gemacht das Problem ja ich habe ähm mit meinem Handy das Bild von diesem Twitter Account einfach aufgenommen ohne ihn zu fragen dass er auf YouTube will und das hat natürlich Probleme geführt da hat mir YouTube geschrieben hey super Video aber du musst dein Video leider löschen habe ich dann auch getan habe diese Twitter Videos leider gelöscht und natürlich habe ich meine Twitter Accounts dann auch wieder gelöscht so habe mir aber wieder Twitter Accounts gemacht diese Twitter Accounts gehen nicht mehr warum gehen die nicht mehr weil ich diese Twitter Accounts auf meinem iPad gemacht habe und ihr wisst dieses iPad was ich habe oh je bla 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 produziert immer einen Fehler ich weiß nicht warum irgendwas ist dann nicht ganz richtig auf jeden Fall habe ich dann eine PS3 Account gemacht das hatte ich eigentlich schon gleichzeitig also mit dem Twitter Account YouTube Gamescom und dann fing das auch alles an da habe ich ähm Let's Plays gemacht von Grand Theft Auto 4 und 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 so hab jetzt inzwischen fast 200 Videos und wenn ich das 200 Video wirklich online habe dann werde ich ein richtiges Special für euch vorbereiten und was das sein wird das werde ich euch noch nicht verraten aber ihr könnt euch schon mal gespannt Ihr könnt schon mal gespannt sein was beim 200 Video Upload kommt von eurem YouTube Gamescom Yo habe über 100 PSN Freunde auf meiner Playstation 3 und ja benutze keine HD PVR Box und ich denke auch mal das zeichnet mich aus ich bin halt ein Zocker der keine HD PVR Box benutzt benutzt jetzt bleibt mir gerade die Spuck im Hals steigen alle ab und ja zu meinem Alter ich bin 19 Jahre alt heiße Florian und lebe in Baden-Württemberg im tiefen Schwarzwald auf jeden Fall in der Nähe von Freiburg im Breisgau ja nochmal zu meinen Videos ich benutze Videotext die provokant sind gebe ich ganz ehrlich zu zum Beispiel nicht mein Video Faceclan oder Albertos bester Freund das ist halt auch meine Art um in der Wunde ein bisschen rumzureiben was nicht böse gemeint ist aber das ist halt einfach meine Art wie ich halt meine Videos nenne oder aufnehmen Jo und ich sage jetzt einfach mal Ciao bis zum nächsten Mal See you later Alligator vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr oder ich mache jetzt noch ein Video Upload Jo ich wünsche euch einfach eine einen schönen Rutsch ins neue Jahr noch ein frohes Weihnachtsfest nochmal muss ich nochmal sagen und Jo See you later Alligator Bis dann Ciao Bis dann Jo So So war das alles Ups Ich nehme hier noch auf Schönes Bild eigentlich Bis dann Ciao So 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 So